Also, herzlich willkommen in der Akademie für menschliche Medizin zu einem weiteren Spitzengespräch. Auch heute habe ich wieder einen Spitzenpartner, wie sich das gehört, und zwar einen Zahnarzt, Dominik Nischwitz, und der hat mir zugesagt, uns heute ein wenig von sich zu erzählen. Erstmal herzlich willkommen, Dominik. Danke, Jörg. Ich freue mich, dass wir hier live gehen. Super. Bevor wir ins Eingemachte gehen und du zeigen kannst, was du alles weißt, aus den Zähnenbohren, würde ich ganz gerne nochmal grundlegend etwas dazu sagen, warum wir uns heute unterhalten. Die Forschung in diesem Jahrhundert hat einige ganz neue Dinge ergeben, von denen das Wichtigste ist, dass der Mensch kein einzelnes Lebewesen ist, sondern aus Milliarden von Bakterien, Viren und Pilzen besteht. Das heißt, wir sind eine Community, eine Sozietät, die zusammenlebt, eine Kommune, die zusammenlebt. Und diese Kommune lebt von und mit der Umwelt. Das heißt, lebe ich in einer gesunden Umwelt, wie wir das früher gehabt haben, dann bekomme ich viele Ressourcen aus dieser Umwelt, egal ob das die Nahrung ist, ob das die Sonne ist, ob das die Magnetfelder sind, oder, oder, oder. Habe ich aber eine schlechte Umgebung, dann wird dieser Körper, dieser Organismus, von außen her auch negativ beeinflusst. Und was wir auch gelernt haben in diesem Jahrhundert, diese Einflüsse sind nicht irgendwo im Körper, sondern sie gehen direkt auf unsere Gene. Das nennt man Epigenetik, dazu stehen YouTube-Videos zur Verfügung, um das zu erklären, das ist zu komplex jetzt. Das heißt, unsere Umwelt steuert über die Epigenetik unsere Gene und nicht andersrum. Also ganz elementar diese Erkenntnis, weil wir damit in der Hand haben, unsere Gene zu steuern. Das ist ein Riesenphänomen, was bisher nur ansatzweise genutzt wird, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erklärt es uns, warum altes Gesundheitswissen, wie der Pfarrer Kneipp zum Beispiel, warum das so effektiv gewesen ist. Der wusste nicht, was er tat, hat aber geheilt. Heute wissen wir, dass kaltes Wasser im Körper Myokine, also Botenstoffe von der Muskulatur auslöst, die unter anderem unsere Birne wieder so gut schaffen, dass wir keinen Alzheimer bekommen. Das ist also ein sehr komplexes Verhältnis, was dort mit der Umwelt besteht. Und noch einmal, über die Änderung unserer Umwelt, die in unserer Macht steht, die kleine Umwelt, nicht die große in China oder sonst wo, aber bei uns in der kleinen Umwelt, in der wir leben, dort können wir entsprechend agieren. Und dazu gehören eben etliche Faktoren. Und das ist das Thema, das ich mit Dominik heute besprechen will. Dominik, erzähl mal, was du so treibst. Ja, perfekt. Danke für die Einleitung. Genau, richtig so, die Epigenetik ist in der Forschung ganz, ganz klar. Das heißt, wie geht die Umwelt mit uns um, beziehungsweise wie verhalten wir uns eigentlich? Und ein extrem wichtiger Punkt, und das sind auch sehr, sehr viele Direktnachrichten oder WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer, die mich so erreichen, ist eben, wie sollen wir denn eigentlich unsere Ernährung gestalten? Weil ein Teil unserer Haltung ist ja quasi, wie und was tanken wir auf oder bauen in unseren Körper ein, um eben so stark wie möglich darzustellen. Weil das Ziel muss ja sein heutzutage, vor allem jetzt gerade auch mit den aktuellen Ereignissen, dass eben unser Immunsystem so stark wie nur irgendwie möglich ist. Unser Immunsystem ist ja im Endeffekt, ja, wie du schon gesagt hast, wir sind ein Symbiont aus verschiedensten Mikroorganismen. Und es ist im Endeffekt dafür da, Pilze, Viren und Bakterien aggressiv abzuwählen. Insofern, wir haben ja eine eigene Armee in unserem Körper. Sogenannte NK-Zellen, Natural Killer Cells sind vorhanden. Und alles im Endeffekt, was wir mit uns machen oder in uns reintanken, steht dafür, wie stark wir sind oder nicht. Und da muss ich nochmal nachhaken, führst du ein Doppelleben? Du bist doch Zahnarzt. Was erzählst du hier vom Immunsystem? Was hat die Klappe mit dem Immunsystem zu tun? Ja, genau. Ich bin zwar trainiert oder habe Zahnmedizin studiert, aber ich beschäftige mich einfach schon seit fast 20 Jahren einfach mit dem Thema Gesundheitsoptimierung. Und wie kann ich denn alles rausholen? Also meine Definition von Gesundheit ist nicht Abwesenheit von Krankheit, sondern optimale Gesundheit. Und die beginnt natürlich auch im Mund. Ja, der Mund. Das wollte ich hören. Der Mund ist eigentlich Eingang zu eurem System. Das ist der Spiegel für eure Gesundheit. Wir als Zahnärzte können, wir müssen natürlich das High-End-Handwerk können, aber die biologische Zahnmedizin aus meiner Sicht ist eigentlich die Verschmelzung von Functional Medicine für die coolen Kinder, vielleicht Biohacking und eben Hightech-Zahnmedizin. Und das Ziel ist bei uns nicht, ein Loch zu stopfen nur oder einfach nur zu reparieren, sondern eben, wie können wir den gesamten Körper tunen, optimieren, quasi aufs Maximum annehmen. Dazu gehört, wie ist meine Schlafhygiene? Kann ich überhaupt gut schlafen? Kann ich überhaupt einschlafen, durchschlafen? Wache ich nachts auf? Wie sieht es denn mit meiner Energie über den Tag aus? Wache ich morgens frisch auf? Oder brauche ich erst mal zwei Stunden, um in die Gänge zu kommen? Wie sieht es mit der Verdauung aus? Also groß aufs Klo gehen sozusagen, ist ja aus normaler Sicht einmal am Tag Minimum. Aber in der Medizin ist es auch noch üblich, einmal alle fünf Tage. Und es sind eben so Dinge, die Probleme auslösen. Habe ich... Ja, ich soll mich wieder reinreden. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass deine Zähne ausfallen, wenn du nicht richtig schläfst. Das passt doch nicht, oder? Ja, klar. Im Endeffekt, der Schlaf ist dafür da, zu regenerieren. Wann repariert ihr euren Körper? Es gibt immer das Nervensystem, das für Entspannung zuständig ist. Das nennt man den Parasympathikus. Und der Gegenspieler wäre der Sympathikus, auf chinesisch Yin und Yang. Nachts aktiv ist der Parasympathikus, wenn ihr darauf vorgeleitet seid. Parasympathikus, Rest and Digest. Das Nervensystem, das eben euer Bauchorgane steuert und eben auch für Verdauung zuständig ist und so weiter. Und natürlich, wenn ihr nicht gescheit verdaut und immer im Stress seid und nicht regeneriert und natürlich einen Mangel an Nährstoffen habt, was auch immer, dann könnt ihr euch auch natürlich am Ende vom Tag auf die Zähne ausfallen oder eben Karies begünstigen. Man weiß ja heute, dass... Ja, dazu ist eben nochmal auch zu sagen, ganz wichtig, die Zähne erscheinen ja nur tot und fertig, aber sie sind lebendes Material und werden konstant umgebaut. Und auch da ist wieder die Umwelt wichtig. Die Umwelt des Zahnes ist der Mund. Und wenn ich in dem Mund einen guten Speichel habe, weil ich gesund bin und guten Speichel produziere, dann muss ich mir nicht unbedingt die Zähne putzen. Jetzt schreien die Zahne jetzt natürlich, Hurra, trotzdem musst du putzen. Aber der Speichel hat eine ganz andere Funktion, als wir das früher gedacht haben. Völlig korrekt. Der Speichel ist sogar extrem wertvoll und komplett abhängig vom gesamten Lifestyle, also wieder von eurer Epigenetik. In einem gesunden Körper und Mund, wo jetzt noch nie ein Zahnarzt irgendwas gebohrt hatte, habt ihr normalerweise einen Speichel und eure Ernährung würde stimmen. Dann wären da Proteine drin, Immunfaktoren drin, die ganzen Verdauungsenzyme drin und auch natürlich Mineralien, die ihr wieder nutzt, um ständig den Zahnschmelz zu remineralisieren. Weil allein wenn ihr esst, wird sich der pH-Wert in eurem Speichel einfach die ganze Zeit ändern, ein bisschen sauer werden. Das macht überhaupt keine Rolle, solange euer Körper, euer Gesamtsystem in der Lage ist, das zu kompensieren. Durch Proteine, durch Mineralien, durch das, was ihr tankt. Das ist die Außenwirkung, also sprich initiale Karies oder einfach Entmineralisierung, ob die jetzt im Zahn sind oder im Knochen, ist eigentlich das Gleiche. Mangel an Nährstoffen. Kann einmal von außen über den Speichel regeneriert und remineralisiert werden. Aber natürlich auch von innen, weil die Zähne, wie der Jörg gerade gesagt hat, die sind nicht tot, nur weil die hart sind, sondern die sind 32 bis zu 32 Organe, die hier in eurem Kieferbereich stecken, auf dem Hirnnerv, die eben eine Blutversorgung haben, eine Lümpfversorgung haben, eine Nervversorgung haben, also ein typisches Organ sind, sprich über den Zahnnerv, die Pulpa, werden die von innen auch ernährt. Und wir wissen heute, unter Weston Price, einer meiner Vorbilder, der hat schon vor über 100 Jahren, ist ein Zahnarzt gewesen, so wie ich auch, der hat vor über 100 Jahren eben Studien durchgeführt, zu Zähnen und zu Knochenregeneration, Bone Healing, Lehrstofftechnik, aber auch, wie wachsen Körper, wann haben die Patienten, also warum passiert es, dass wir heute keinen Platz für unsere Zähne mehr haben, wieso haben wir Skoliosen, warum wachsen wir zu schmal, wieso haben wir keine weiten Zahnbögen mehr, und hat eben damals schon festgestellt, dass es extrem viel zu tun hat mit der Ernährung, ist quasi mit dem Schiff zu den Aborigines gefahren, nach Afrika, zu den Schweizern, einfach in den lebenden Gebieten, hat geschaut, wie kann Ernährung, also sein Buch heißt Nutrition and Physical Degeneration, wie hängt die Ernährung mit dem Aufbau oder dem Erscheinen eures Körpers zusammen, und hat eben festgestellt, dass die Leute, die Eingeborenen, die sich noch artgerecht sozusagen ernährt hatten, sprich Tiere, die auf der Weine waren, gegessen haben, Butter gegessen haben, Pflanzen gegessen haben, die eben nicht verarbeitet waren, waren perfekt gewachsen. Alle 32 Zähne, inklusive Weißheizzähne, hatten Platz, weite Kiefer, weite Gaumen, weite Nasen, Nasenatmung, keine Skoliosen, aber die Enkel, die schon an Fertigprodukte reingekommen waren, wie Weißmehl, Zucker, raffinierte Öle, Fertigprodukte, Kuhmilchprodukte, hatten eben katastrophale Veränderungen in der Physiologie, sprich ultimativ schmale Kiefer, Zähne sind aus dem Auge rausgewachsen, so ungefähr, wahnsinnige Karies, Skoliosen und hat es eben miteinander korreliert, ja, jetzt immer die Frage, ob das korrelativ ist oder causativ und hat eben damals schon festgestellt, wenn er den Leuten Leber dran gibt und Butter von Kühen, die auf der Weide stehen, also grasgefütterten Rindern, dass er eben Knochen und auch Zahn regenerieren kann, weil die Grundsynthese dafür ist das Gleiche und das ist im Endeffekt Protein, Vitamin D3, Vitamin K2, das war der Aktivate X, den er damals benannt hat, in der Chris Master Journal 2009 rausgefunden hat und hat eben sozusagen sein initiales Boney-Protokoll gemacht, nur über die Ernährung, ja, und wir hatten ja gerade schon gesprochen, dass die Basis für die Gesundheit, aus meiner Sicht, muss immer euer Lifestyle sein, sprich, alle in der heutigen Welt der chronischen Erkrankungen oder minderwertigen Immunlage, neun von zehn Krankheitsproblemen sind immer Lifestyle-bedingt und wenn wir jetzt euch hier ein paar Tipps geben können, wie können wir denn unseren Lifestyle optimieren, dass wir eben unseren Körper regenerieren, reparieren können, wie ein Haus bauen, ja, wir wollen ein Haus bauen, wenn ihr das Zimmer modernisieren wollt, habt aber keine Arbeiterin, keine Ziegel, wird es schwierig und da sind eben ein paar Sachen wahnsinnig wichtig, wie zum Beispiel Protein als allererstes, ja, Food First oder die Ernährung als erstes, ich nenne es ja Ernährungsdesign-Konzept. Bevor du ins Einzelne gehst, noch einmal kurzen Bogen zurück zur Tagesaktualität von wegen die bösen Viren, du hast eins vergessen beim Mund aufzuzählen, der Mund ist voller Bakterien und Viren und zwar unserer eigenen Bakterien und Viren. So, wenn ich die jetzt mit Hilfe eines aseptischen Mundwassers umbringe, meine Freunde umbringe und dann kommt ein pathogener Keim da rein, weil ich irgendwas in den Fingern habe, dann sagt der, keiner zu Hause, hier kann ich mal Roli-Poli machen. Habe ich mein eigenes Mikrobiom da drin, dann sagen die Keime, hau ab, du Typ, ich kann mich nicht brauchen und hau neben einem auf den Kopf. Das heißt also, unsere Bakterien und Viren, mit denen wir leben, schützen uns vor denen, die wir nicht brauchen können. Ja, also ganz andere, ganz andere Vorstellung, als die wir früher hatten, dank Pasteur, dass wir alles sterilisieren, pasteurisieren müssen, damit wir nur ja nichts von den Tierchen abbekommen. Wir brauchen sie, aber die richtigen. Das ist im Endeffekt, die ursprüngliche Karies, wenn man auf Karies rausgeht, ist ja quasi die spezifische Hypothese damals gewesen, dass eben Karies entstanden ist durch Bakterien, die einen böser Streptococcus mutanskeimen, der eben Löcher bohrt, sozusagen, wenn er Zucker gibt. Und heute ist man ja auf die ökologische Hypothese eingegangen, sprich, haben wir eine diversifizierte Mundflora, haben wir zu viele anaerobe Keime oder Compartmentalisierung durch die falschen, bösen Bakterien, das natürlich auch ausgelöst sein kann, dadurch, dass ihr eben schon viele Dinge in euren Mund installiert habt, die eben den Körper und das Immunsystem durcheinander bringen, wie Metalle oder einfach orale Störfelder, Metalle, wozu deine Zähne könnte immer sein, chronische Entzündung. Ja, da kommen wir später nochmal drauf, das Problem der Metallienkörper. Ich wollte nur noch kurz darauf hinweisen, dass das eben ein ganz wichtiger Faktor ist, so wie die Nahrung ist, apropos Nahrung, die Tierchen ernähren wir ja auch, wenn wir uns richtig ernähren, artgerecht ernähren, können wir die ganzen Milliarden von Bakterien mit ernähren und die danken es uns dann, dass sie für uns dienen, Bodenstoffe machen und, und, und. So, jetzt gehen wir also in die Ernährungsmöglichkeiten rein. Wenn wir nochmal kurz das Mikrobiom ansprechen, also alle Mikrobiom ändert, also das Mikrobiom generell in eurem Körper ändert sich innerhalb von drei Tagen, ja, je nachdem eben, wie ihr anfängt, euch zu ernähren, was da mit reinkommt. Sprich, wenn ihr die Standard westliche Ernährung durchführt, also mit viel eben Getreide, ich zeige euch mal ganz kurz eine Folie, die wahrscheinlich jetzt momentan gut angesagt ist, also die typische Ernährung, wenn man die sich mal so anguckt, ist ja, sieht man das jetzt? Da kommt's. Ja, da ist es. Wenn man sich die typische Ernährung angucken würde, würde man mal links ins Bild, also bei mir links im Bild, die rote Liste stehen, wo ich 100% vermeiden drin geschrieben habe, aber die meisten Leute halten sich eben darin auf, dass sie vermehrt Fertigprodukte essen, die Zucker enthalten, Kohlmischprodukte enthalten, raffinierte Speisehöhle, also diese dreifach verarbeiteten Omega-6-Fettsäuren, die eben super, super stark inflammatorisch sind, also entzündungsvoll sind und eben Sonnenblumenöl, das gute Sonnenblumenöl lässt grüßen, ne? Vor allem das raffinierte, weil ein reines, kaltgepresstes Sonnenblumenöl hat tolle Eigenschaften, aber natürlich nicht das dreifach raffinierte aus dem Keim gepresst, also da ist die Unterscheidung, Sonnenblumenöl oder Rapsöl ist natürlich das gleiche, Rapsöl, kaltgepresst ist kein Mensch, aber das dreifach oder sechsfach raffinierte aus dem Samen gepresst ist aber super entzündig, sprich, wir sind einfach eher in diesem Bereich hohoinflammatorisch und wir essen generell an sich sehr, sehr viel Zucker, Getreide, Kohlenhydrate und haben den ganzen Tag im Endeffekt Blutzuckerschwankungen und es ist eindeutig klar, dass wenn wir ständig Blutzuckerschwankungen haben, dass sich auch unser Speichel und unser pH-Wert und unsere Mineralien anhand dessen verändern, zusätzlich zu natürlich unserem Mikrobiom und wir eben mehr Bakterien und Keime haben, wenn wir uns standardbestig ernähren, in die Richtung, als wenn wir jetzt uns eher artgerecht ernähren würden im Sinne von der Grüntabelle unten drunter, also Dinge, die mal rumgelaufen sind, die wir jagen konnten, fischen konnten, sammeln konnten oder anpflanzen konnten, aber eben ohne Massen, Tierhaltung oder Verarbeitungsthematiken, also Dinge, die aus der Natur kommen, weil dann organisiert sich eben das gesamte System in Richtung gesunder Flora. Der ganze Speichel verändert sich, der Körper kann auswählen an Proteinen, an Makronährstoffen, an gesunden Fetten und eben Zellmembranen aufbauen und auch natürlich aus den Pflanzen die ganzen Dinge nutzen, die auch teilweise antiviral, antimikrobiell sind und eben, ja, wie du immer sagst, man kann durch die Ernährung und den Lifestyle eben den inneren Arzt aktivieren und dementsprechend natürlich auch Zähne und Knochen regenerieren, aber vor allem auch eben auch euer Immunsystem und ich würde sagen, der wichtigste, ich bin ja wie gesagt der Fan von Basics First, das Allerwichtigste ist immer Protein. Protein ist der wichtigste Makronährstoff überhaupt, Protein oder Eiweiß, vielleicht kennt ihr das unter dem Begriff, ist eben auch bekannt als Building Block of Life und die kleinen Bestandteile von Proteinen sind Aminosäure und die typischerweise die Angaben für Protein, das man eben überlebt, sind 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, da wir uns aber jetzt hier über optimale Gesundheit und Regeneration und Optimierung des Immunsystems unterhalten, ja, alle Immunzellen oder weißen Blutkörperchen etc. arbeiten alle auf Basis von Aminosäuren und Proteinen und deswegen sollte man eben gucken, dass man eben da genug hat, das ist so wichtig und wenn ich hier mal kurz eine Folie teilen soll dazu, Protein als der wichtigste Makronährstoff, ihr könnt die ganzen Slides, die ihr hier seht, die sind auch immer im Instagram drin, aber ihr seht hier, der wichtigste Makronährstoff ist Protein, kommt von Proteos als erstes am wichtigsten, das wussten schon die alten Griechen, der Hippokrates, lass Nahrung eure Medizin sein, wir haben acht essentielle Aminosäuren, es spielt primär mal gar keine Rolle, ob das Protein oder die Aminosäuren aus der Pflanzenwelt oder aus der tierischen Welt kommt, ich zeige euch gleich mal, warum es eventuell ein bisschen komplexer wird, wenn wir in die Pflanzenwelt reingehen, aber es ist wichtig für euer Immunsystem, euer Verdauungssystem, natürlich auch für Muskelaufbau, aber das ist der Fokus der meisten Leute, Protein hat irgendwas mit Muskeln zu tun, wenn die Proteine hören, denken die nur an Muskeln und Proteinshake aus dem Fitnessstudio, das Protein ist Basis für alle eure Zellvorgänge, für Entgiftung, Regeneration, die Leber, Leberphase 1 und 2 ist quasi fast nur Aminosäurekonjugation, wir brauchen uns für die Hormone, für unseren Antrieb, für die Bildung von Neurotransmittern, etc. pp, also wie wenn ihr ein Haus aufbauen wollt, das sind eigentlich eure Ziegel primär gesehen, also Regeneration Nummer 1 und natürlich aktuell auch wieder Immunsystem. Und Studienlage ist relativ klar, dass wir hier nicht mit den 0,6 Gramm nur überleben wollen, sondern wir wollen eben optimale Gesundheit, sprich mindestens 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Protein pro Tag und das kann man anhand von der, ja, man geht im Endeffekt von der Magermasse aus und man kann ungefähr pauschal sagen, Leute, die wenig Sport machen und einfach primär sitzen, aber auch gerade keine Operation hatten oder irgendeinen anderen Stress, die kommen mit einer niedrigeren Menge gut zurecht, aber jeder, der irgendwo Athlet ist oder wahnsinnig viel Bedarf hat, weil er gerade eine OP hatte oder verletzt ist, braucht einfach ein bisschen mehr und würde sich so in Richtung 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufhalten. Warum? Ihr seht es hier, positive Auswirkungen sind Verbesserung der Immunfunktion, sich besser konzentrieren können, schneller regenerieren können, weniger Körperfett haben, mehr Muskeln haben, mehr Speicher, die Muskulatur in eurem Körper ist Speicher für Aminosäure. Man weiß genau, wenn die Leute älter werden heute, die verlieren ihre Muskulatur, Sargopänie, all diese Dinge, Muscle Wasting, spielen eine Riesenrolle, um euch quasi später altern zu lassen, also Muskulatur zu haben, jetzt nicht wie ein Profi-Bodybuilder vielleicht, aber einfach das, was euer Körper natürlich aufbauen kann, ist eure Anti-Aging-Strategie. Nicht nur im Sinne von dem Kohlenhydratstoffwechsel, aber auch einfach euer Stoffwechsel wird schneller, euer Immunsystem wird besser, ihr habt eine höhere Temperatur und so weiter. Während ihr seht, zu wenig Protein, schlechtes Immunsystem, schlechte Haut, Haare, Nägel für die Frauen vielleicht, Muskelschwunden, mehr Körperfett, sich nicht gut regenerieren oder entgiften können, das will ja keiner haben. Einschließlich auch das Gehirn und ich habe dafür einen schönen Spruch, wenn man mit 50 keinen Hintern mehr in der Hose hat, hat man mit 70 kein Hirn mehr im Kopf. Sehr gerne. Wenn man mit 50 keinen Hintern mehr in der Hose hat, hat man mit 70 kein Hirn mehr im Kopf. Es ist einfach so. Wir brauchen die Muskulatur, beziehungsweise, wenn wir nicht genügend Proteinen zu uns nehmen, ernährt der Körper sich oder nimmt das aus der Muskulatur. Dann haben wir wieder die schlanken, ranken Frauen, gerade bei den Frauen ist es ja so, die dann sagen, mache ich nicht, mache ich nicht, ich esse mich Vegetarien. Schlank und rank, aber das ist eine Mangelernährung. Es ist eine richtige Mangelernährung und die rächt sich bis hin zum Alzheimer. 100% d'accord. Es gibt ja auch diesen Begriff von Skinny-Fett. Also Leute, die eben tatsächlich super mager aussehen, wenn man die aber einfach zum Beispiel in den Dexter-Scan legt oder mit Körperfaltenmessung messen würde, haben die primär zu viel Körperfett im Verhältnis zu der Muskulatur. Also quasi ein dünner Draht mit einer riesen Isolierung drumherum und die erscheinen zwar rank und schlank, aber das ist für den Körper eigentlich absoluter Maximalstress, weil ihr könnt nicht regenerieren, nicht aufbauen. Das ist wie wenn man ein Haus hat und da sind immer diese Stäbe oben raus, weil keiner war in der Lage, so wie in südlichen Ländern manchmal, wo eben die Häuser nicht weitergebaut werden und der Körper holt sich halt dann einfach ein bisschen was aus dem Zahn, holt sich ein bisschen was aus dem Gelenk, einfach da, wo es halt gerade fehlt. Und die Idee, die wir einfach haben aus Gesundheitsoptimierungssicht ist immer einen ehrenden Überschuss zu haben, beziehungsweise die richtigen Bausteine in der optimalsten Qualität zur Verfügung zu stellen, auch natürlich neben den Makronährstoffen und den Mikronährstoffen, damit eben da kein Problem entsteht. Und gerade, also sowohl der Jörg als auch ich sind niemand, der irgendwo verurteilen würde oder judgen würde. Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaillen und immer, es gibt die Veganer und es gibt die Carnivore, wir beide sind der Meinung, dass wir Omnivore sind und mit allem gut auskommen. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Ernährung intensivst und habe wahrscheinlich alles raus, ausgetüftelt, was es so in der Richtung geht von High Carb, Low Carb, High Fat, Low Fat, Paleo, Keto, Vegan, Vegan, alles mal durchgetüftelt. Und ich kann euch immer noch eine Folie zeigen, die Schwierigkeit ist immer, wie wenden wir denn das richtig an? Weil es ist meistens eine moralische Entscheidung, Veganer zu werden und ich kann es 100% unterstützen, wenn wir nur Massentierhaltung hätten. Massentierhaltung darf man und kann man und soll man nicht unterstützen. Ich habe das auch alles mal gemacht, als ich noch Student war und keine Kohle hatte und es besser wusste. Sobald ich es wusste, war klar, das geht nicht mehr. Das Gleiche geht natürlich aber auch für Massenpflanzenhaltung und das ist nichts anderes eigentlich. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn überhaupt, und da zeige ich nochmal kurz eine Folie, wie kommen wir denn da bei den Veganern hin, wenn es um das Protein geht? Ich sage immer, es sieht ja schön aus und die Pflanzen sind auch gut und nicht schlecht oder nicht gut und nicht böse. Es ist einfach immer, wenn es religiös wird oder zu extrem, ist es meistens nicht ideal. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, Pflanzen, ja, hier steht es nochmal, haben einfach ein bisschen weniger Protein im Verhältnis zu Fleisch oder tierischen Produkten auf 100 Gramm gerechnet. und im Verhältnis einfach viel, viel mehr Kohlenhydrate, vor allem eben in den Hülsenfrüchten, die gerne hergezogen werden. Hülsenfrüchte enthalten ganz, ganz viel Antinährstoffe, Lektine, Phytate, Sapionine, Oxalate etc., die eben an sich erstmal dafür da sind, die Pflanze zu schützen, weil eigentlich essen sie die Babypflanze, die eigentlich noch wachsen will und eben auch ihre Abbauprodukte bildet beziehungsweise ihre Schutzmechanismen, Plant Defense Mechanisms hat, um eben sich zu schützen vor Angreifern aus Baktieren oder irgendwelchen Viechern, die das halt essen wollen. Und wir haben eigentlich gelernt. Ja, der Mensch ist auch so ein Viech. Ja, genau. Oder der Mensch, das große Viech, der die Pflanzen dann einfach isst. Und ich weiß zum Beispiel, so wie die Inder, die im Südindien leben, die seit hunderten von Jahren eben religiös gesehen keine Tiere essen, die haben eben, und wir auch früher mal, Pflanzen vorbereitet, um eben überhaupt diese Antinährstoffe zu ändern. und da gab es die Fermentation, Pflanzen fermentieren, Pflanzen einweichen, Pflanzen keimen lassen. All diese Dinge führen dazu, dass eben so Dinge wie Lektine und eben andere Antinährstoffe, Oxalate, Phytate, Sabionine eben unschädlich gemacht werden und ihr das Ganze viel besser verdauen könnt. Zusätzlich natürlich die Zubereitung und die Gewürzmischung. Und der Jörg hat es vorher gesagt, auch wir Deutschen haben früher unser Brot, ja, sag du nochmal, drei Tage mindestens. Wir haben das Brot fermentiert. Der berühmte Sauerteig ist das, was im Ausland an einem deutschen Brot so geschätzt wird. Das heißt, das Mehl wird das Vollkornmehl, wo alle diese Dinge drin sind, der Dominik wird gleich nochmal ein bisschen erzählen, was denn diese Antinutriens machen. Diese Dinge werden angesetzt in dem Teig und dann wird er drei Tage lang gehen lassen. Das heißt, der fermentiert und die Tierchen wieder da drin, Bakterien und Viren, fressen praktisch diese Pflanzenstoffe auf. Die verschwinden daraus und dann haben wir hinterher einen wunderbar leckeren Teig, der sehr nährstoffreich ist, weil die Mikronährstoffe bleiben drin, nur die Schädlinge werden rausgeholt und dann haben wir eben ein wunderbares, gesundes Brot und kein Körnerbrot, so wie es heute ist. Was man heute als gesundes Körnerbrot kauft, ist im Grunde genommen hochtoxisch, weil genau diese ganzen Schadstoffe, die die Pflanze bildet, um sich zu schützen, die sind alle in dem Körnerbrot drin. Und dann wundern sich die Leute, wenn sie krank werden. Genau, es ist einfach nicht 100% food proof. Man muss wirklich genau wissen, was man macht, so wie der Jörg das gerade gesagt hat. Gerade, und das ist die Frage, bekomme ich jeden Tag, aber was ist denn mit meinen Vollkornprodukten? Und Vollkornprodukte, brauner Reisz, ich habe mich immer gewundert früher, brauner Reiszold, das ist so gesund, ich habe es nie vertragen, habe immer sofort einen Reiz da und bekomme einen dicken Bauch, alles entwegetan, bei weißem Reis keine Probleme, alles easy. Und natürlich über die Jahre habe ich mich damit beschäftigt, festgestellt, gerade das brauner Reiszold, alles was noch Schale dran hat, enthält eben Antinährstoffe und die müssen wir unschädig machen. Das heißt, wenn ihr Veganer sein wollt, gar kein Thema, ein typisches Beispiel für, und es soll nicht negativ klingen, ist einfach, ich bin jetzt Veganer, das heißt, ich esse zum Frühstück einen veganen Doppelkeks und einen Kaffee mit Sojamilch und Zucker und dann hole ich mir beim Bäcker ein Brötchen, ein Rosinenbrötchen, zum Mittag glutenfreie Schokomuffins und am Abend Salat mit Sprossen. Wenn ich das aus medizinischer Sicht sehe, dann hat es nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Es ist zwar vegan vom Labeling her, aber primär, was wir gemacht haben, wir haben unseren Körper, in den Entzündungsmodus versetzt, wir haben ihn hauptsächlich mit Zucker gefüttert, quasi kein Protein oder Aminosäuren aufgenommen und noch zusätzlich Pflanzenstoffe aufgenommen, die eigentlich noch nicht unschädig gemacht wurden. Sprich, jetzt macht ihr das mal ein paar Monate lang und dann habt ihr Probleme, fallen euch die Haare aus, Nägel und so weiter. Insofern, ihr müsst einfach wissen, vegan sein funktioniert, ihr müsst wissen, wie, wir müssen auf die Qualität achten, wenn ihr Pflanzen nutzen wollt, müsst ihr die so vorbereiten, wie das mal angewandt wurde, da würde ich mich mit der Ayurveda beschäftigen oder mit der Fermentation mit Keimen lassen und so weiter und eben auf die Proteine achten, weil es ist halt einfach wahnsinnig wenig drin und dann wird nachher noch auf Kohlenhydrate zu sprechen kommen. Teilweise zu viele Kohlenhydrate, sei es unsere Empfehlung, Low Carb zu essen oder teilweise sogar Paleo, geht da nicht, weil einfach ein Quinoa zum Beispiel oder in Linsen sind halt 60 bis 75 Gramm Prozent Kohlenhydrate und nur 15 Prozent Protein mit drin, die dann wieder Schwierigkeiten machen. Also wir müssen trotzdem darauf fokussieren. Klar, jeder weiß, Veganer sollten mehr B12 konsumieren, weil das ist einfach nicht drin in Pflanzen. Auch ganz wichtig ist, wenn wir mit Vitamin D3 sehr, sehr viel machen, das auch eine aktuelle Empfehlung ist für das Immunsystem, um eben besser darzustehen. Vitamin K2 kommt in der Pflanzenwelt nur aus fermentiertem Soja, also Natto, vor. Ansonsten ist Vitamin K1 in der Pflanze, in K2, nur in tierischen Produkten, meines Wissens nach zumindest. Da ist es ein No-Brainer. Dann haben wir eben Fleischdinge wie Carnosin, Carnitin, Choline, was wahnsinnig wichtig ist für eure Neurotransmitter, für eure Zellmembranen, für eure Entgiftung, Taurin, also verschiedenste Dinge, die einfach ganz, ganz schwierig sind, aufzunehmen. Und dann sollte man einfach den zweitbesten Weg gehen, wie der Jörg das vorher gesagt hat. Da müsst ihr im Endeffekt gucken, wie kriege ich jetzt Aminosäuren her. Es gibt ja zum Beispiel auch eben essentielle Aminosäuren, die aus veganer Form hergestellt sind, die acht oder neun verschiedenen Essentiellen. Der Körper kann im Endeffekt aus allen Essentiellen Aminosäuren alles aufbauen. Da bin ich ein Riesenfan davon. Dann eben gibt es auch verschiedene Pflanzenprotein-Shakes, zum Beispiel auf Basis brauner Reis oder Hanfsamen oder Erbsen. Genau. Ich persönlich vertrage keine Erbsen. Meine Protein-Sequenz geht damit nicht. Ich vertrage auch. Also ich habe zum Beispiel immer diesen, momentan diesen Continuous Glucose Monitor dran, der auch neben den Blutzuckerschwankungen aufzeigt, ob man auf irgendwas allergisch reagiert. Wenn man einen super hohen Spike bekommt, ist es quasi ein Stress. Stress bewirkt immer, dass Cortisol produziert wird, Blutzuckerspiegel hochgeht, also Energiebereich gestellt wird. Und ich habe zum Beispiel Tempeh, was fermentiertes Soja ist, was generell an sich eine gute Quelle ist, geht nicht. Ich gehe mal einen guten Spruchschwankungen auf 250 und ich habe gedacht, ich mich verraten kann sozusagen. Und da muss man ein bisschen individualisiert präzisieren. Aber für die Basics, Protein ist wichtig. Ihr müsst darauf achten, 1,2 Gramm ist absolutes Minimum, je nachdem, auch sportlich, aktiv, was auch immer, eher in Richtung 2 Gramm. Und wenn ihr nachher ein bisschen Kohlenhydrate reduzieren wollt, Jörg kann ja mal seine Empfehlung für den Makronährstoff gesunde Kohlenhydrate geben, aus Sicht der... Ja, also ich denke, wenn man die Kirche im Dorf lässt, dann kann man sagen, niemand muss sich ketogen ernähren, wobei ketogen für viele Krankheiten ein absoluter Gesundmacher ist, gar keine Frage. Kinderepizid zum Beispiel, da probiert die Schulmedizin alles aus und wenn das nicht klappt und die kein Medikament finden, dann sagen sie, dann lasst uns doch die Kinder ketogen ernähren, weil das die Erfahrung gezeigt hat und flupp ist das Kind vollkommen anfallsfrei. Warum gibt man dem Kind nicht gleich eine ketogene Ernährung? Dann sagen die Leute, das geht nicht, da sind nicht die nötigen Mikronährstoffe drin. Aber das ist Unsinn. Ja, man kann eine gute ketogene Ernährung wie eine vegetarische Ernährung, wenn man die richtig aufbaut, sind die Sachen da drin. Aber man muss wissen, was ist und eins möchte ich noch dranhängen, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen wieder lernen, auf den Körper zu hören. So wie du das ja auch gemerkt hast, wenn wir etwas essen und es fängt an zu glubbern bei uns im Bauch, das ist nicht normal. Da ist irgendeine Reaktion unterwegs, dann muss ich mal sagen, was habe ich dem armen Bauch jetzt angetan? Was war das? Was ist das? Da muss man herausfinden, dann lässt man das weg und siehe da, dann ist es gut. Das ist perfekt zum Eingerechnen. Genau, wenn ihr merkt, also mein Bauch, merke ich nicht. Ich dachte, sagen wir mal, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit Ernährung zu beschäftigen, mit Krafttraining, Sport und die ganzen Meuten-Protein-Shakes reingehauen habe, ich sage es einfach mal, im Storm, da waren 14 in der Tagesordnung. Ich dachte, das ist halt normal, wer viel isst, muss auch mal einen fahren lassen. Nee, das ist absolut nicht so. Wenn ihr gesund seid, ihr spürt euren Bauch nicht, man kann den nicht tasten, der ist weich, da ist nichts vorhanden, da ist nichts angeschwollen oder aufgebläht. Sobald ihr eben solche Dinge nutzt, da kommt man zu diesem instinktiven Essen zurück, werdet ihr feststellen, dass ihr dann plötzlich merkt, was euch gut tut und was nicht. Allerdings, muss ich dazu sagen, geht es erst, wenn man eine gewisse Phase quasi den Instinkt wieder zurückholt. Also man muss einfach erst mal sich so eine Art Rahmen aufbauen, in dem wir uns aufhalten, deswegen eben die vorherige Folie mit dem Rot, Grün, Orange und Gelb und sich an ein paar Grundregeln halten. Den entzündeten Magen-Darm-Tack, der quasi bei 88% der Bevölkerung irgendwo entzündet ist durch chronische Überfütterung und Entzündungsprodukte wieder regenerieren. Das Coole ist an der Sache, wir können, unser Körper kann alles wieder regenerieren. Richtig. Und preventiv gesehen ist das das Wichtigste, was ihr machen könnt, wenn ihr den ganzen Magen-Darm-Tack oder den ganzen Körper auch wieder aufbauen mit den richtigen Nährstoffen. Antientzündlich arbeiten, weil euer Immunsystem wird immer mit einer Entzündung reagieren, wenn da irgendwas kommt, was es nicht verträgt. Und ihr merkt eine Entzündung vielleicht nicht unbedingt als rote Stelle auf der Haut, aber vielleicht zum Beispiel mit einem krummeln im Bauch oder mit einer angespannten Stelle am Darm oder mit einem Lymphknoten oder mit einer Appendizide im akuten Fall. Insofern oder in meiner Sicht war es ja die chronische Mandelentzündung, die eben durch die Kuhmilchprodukte ausgelöst war. Noch ein anderes Thema, was jetzt auch aktuell ist. Es ist ja lustigerweise als ein Hauptprodukt bezüglich der Hamsterkäufe ist Klopapier gewesen. Und das Klopapier ist ein signifikanter Monitor meiner Gesundheit. Denn wenn mein Magen-Darm in Ordnung ist, dann lege ich mal die Schulmedizin und sagt dafür, ich habe einen geformten Stuhl zu Deutsch, man legt einzelne schöne Eier oder Würste und man hat keinen verschmierten Hintern, sondern man braucht ein Blatt und dann ist es fertig. Wer aber eine fehl-Darmfunktion hat, der braucht eine halbe Rolleklopapier, um den Hintern wieder sauber zu kriegen. Und auch das müssen wir lernen. Stuhlgang ist nicht gleich Stuhlgang. Und wenn ich denke, weil ich dreimal am Tag so einen breiigen Stuhl entleere, mein Stuhlgang ist in Ordnung. Kuh ist der Kuchen. Ich bin krank. Mein Darm ist krank. Komplett richtig. Wir nennen das Teflon-Schiss. Weil es quasi wie verpackt rauskommt und eigentlich müsste man gar nichts putzen. Das ist ideal. Dann funktioniert es. Das sollte weder super steinhart sein, noch mega matschig. Am besten einfach raus, wie er es gerade gesagt hat, als Wurst oder als kleines Ei. Verpackt und ohne putzen. Dann funktioniert es. Und alle von euch da draußen, ich bin mir sicher, 80% sagen, ach scheiße, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich so viel Klopapier gesammelt habe. Das ist nicht der Ballaststock, weil ihr könnt es nicht essen. Es muss das Putzen sein. Und wenn ich die richtigen Bakterien habe, das ist auch so eine Story. Ich habe das ja als Schulmediziner auch gelernt, wobei Ernährungsmedizin war sowieso für die Deppen nur. Aber ich habe gelernt, Ballaststoffe brauchen wir, damit wir solche Eier legen können. Als Ballast für den Darm, als Transportmittel. Dem ist nicht so. Die Tierchen, die wir da drin haben, die können sich davon ernähren. Wenn ich jetzt keine Ballaststoffe, also nur Kekse esse, dann verhungern meine Bakterien, die guten Bakterien verhungern da drin und die anderen, die schlechten, fangen an, Rolly-Polly zu machen. Also auch dafür ganz, ganz wichtig, damit unsere Bakterien, die uns Botenstoffe bilden, die die anderen Kleinheiten, so damit die leben können, muss ich mich mit guten Ballaststoffen ernähren und versorgen. Genau. Und vor allem die unlöslichen Ballaststoffe füttern wieder das Mikrobiom und die Bakterien da unten drin, während sie nicht mal verhungern, geben uns noch mal was zurück, indem sie eben kurzkältige Fettsäuren drauf aufbauen, die wir wieder als Energie liefern können. Sofern Ballaststoffe ist wahnsinnig viel wert. Das ist auch wieder so ein Grenzding, man darf es nicht übertreiben. Einfach, man muss immer wie bei allem so die Balance finden, damit das ganze System rund läuft. Auch natürlich fermentierte Produkte wie Kimchi oder Sauerkraut, die wir eben, sagen wir mal vor 100 Jahren, war das wahrscheinlich Standard, dass wir das viel, viel öfter gegessen haben, nicht jetzt jeden Tag Sauerkraut. Das liefern uns noch mehr Bakterien. Also Ballaststoffe per se liefern uns, eine Ladung Bakterien und deren Futter, dann müssen die nämlich nicht unsere Darmschleimhaut futtern, weil wenn die nichts zu essen kriegen, außer einen Keks, dann essen die euch die Muzzine in eurer Darmschleimhaut und ihr kriegt einen lechrigen Nagen-Darm-Takt oder eben mehr Entzündung und wieder Eintrittspforten, die Kigat vielleicht schon mal gehört, zusätzlich zu den ganzen Getreide. Insofern ein doppelter Benefit, wenn ihr da mehr Ballaststoff aufnehmt. Immer abhängig von euch, wenn ihr merkt, ihr esst zu viel, habt ihr wieder einen aufgeblähten Bauch, dann funktioniert das Studium nicht so richtig. Es gibt für alles, würdest du wahrscheinlich überschreiben, einen Sweetspot. Ja, einmal das und dann haben die alten Griechener schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich einen Schoppen Rotwein trinke zu meinem Essen, ist das super. Wenn ich drei Flaschen trinke, gehe ich über die Wupper. Und selbst Wasser. Wir wissen, alle zwei Liter Wasser sollte man trinken. Wobei nicht jeder oder niemand muss stündlich eine halbe Flasche trinken. Aber zum Wasser ist zu sagen, trinken Sie doch mal jeden Tag zehn Liter einmal Wasser. Sie werden krank werden. Das heißt auch, das Wasser ist in der Überdosierung krank. Genauso wie der Zucker in der Überdosierung krank ist. Der Zucker ist ja nichts Schwächtes, die Kohlehydrate. Aber diese Masse, die haben wir ja nie gehabt. Und die macht uns krank. Ganz genau. Zucker war mal, bis vor kurzem, sagen wir mal, bis vor 50, 60 Jahren war das ein Wohlstandsprodukt. Und man hat vielleicht einen Zuckerwürfel in seinen Tee gemacht. Und vielleicht kam man auf 15 bis 20 Gramm Zucker am Tag. Heute ist es die zehnfache Menge mal ganz locker. Allein durch Süßgetränke oder Fertigprodukte. Überall ist ja Zucker drin. Und das ist schon wieder die Dosis. Und Leute werden insulinresistent, können mit dem Kohlenbraten nichts mehr anfangen. Hüftgold und so weiter ist ja Standard an der Tagesordnung. An sich umso magerer ihr seid oder weniger Körperfett habt, ihr habt, umso gesünder ist es eigentlich, weil die Zelle viel, viel besser funktioniert. Umso mehr Körperfett ihr ansammelt, umso mehr, und das kann man eigentlich vergleichen mit der Massentierhaltung, umso mehr werdet ihr zu einem Entzündungsprodukt und zu einem Industrieprodukt. Beispiel der Lachs. Ein gefarmter Lachs hat 20 Gramm Fett auf 100 Gramm. Ein Lachs, der in der Natur als Wildlachs unterwegs ist, hat ungefähr 5 bis 8 Gramm Fett. Reines Omega-3-Fett, der andere hat ein entzündetes Fett. Stellt euch das genauso vor bei euch als Menschen. Das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen oder so, aber wenn ihr zu viel Körperfett angesammelt habt, dann seid ihr ein Industrieprodukt und ihr habt eben zu viel Entzündung. Und dieses weiße Körperfett, das eingelagert wird, ist ein hormonell aktives Stoffwechselgewebe, das dann wieder Entzündungsmediatoren ausschickt, und zwar TNF-Alpha, Interleukin-1-Beta, IL-6, also all diese Zytokine, die ihr eigentlich nur in der Immunabwehr momentan bräuchtet, also das angeborene Immunsystem, Makrophag-Aktivität, zum Beispiel, wenn ihr irgendwo eine Entzündung habt, die ergeht immer mit diesen Zytokinen. Aber, wenn ihr chronisch überfüttert seid oder dadurch chronisch entzündet und im chronischen Stress, alleine durch eure Ernährung, habt ihr schon einen riesen Zytokin-Stoff. Jetzt wissen wir heute bei COVID-19, dass eben Hauptproblematik nachher dieser Zytokinen-Sturm ist. Und wenn ihr aber schon maximal entzündet seid und schon bis zur Oberkante voller Zytokine seid, durch eure Ernährung, durch euren Lifestyle, durch die Störfelder in der Mundhöhle, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr sehr, sehr viel anfälliger für die ganzen Problematiken seid, während wenn ihr einen anti-entzündlichen Lifestyle habt und eben auf die Dinge achtet, die wir hier so beschreiben, dann, oder vielleicht auch mal einfach eine Präventivphase einbaut und euch erst mal regeneriert, dann habt ihr auch ein besseres Immunsystem und kommt mit dem ganzen Viren und so weiter viel, viel besser. Klar, weil man muss nicht krank werden. Da gilt immer, sind sie zu stark, sind sie zu schwach, Fisherman's Friend, also unser Immunsystem, wenn das an tausend Baustellen gleichzeitig agieren muss, über Zytokine und Entzündungen, wie soll es denn dann noch auf die Viren aufpassen? Eigentlich, wenn ihr im chronischen Stress seid, habt ihr offene Türe und Türen, weil das Immunsystem eventuell sogar schon blockiert ist oder komplett lahmgelegt ist oder einfach, ja, on-dauer-fire sozusagen. Kannst du das unterschreiben? Dominik, zwei Sachen möchte ich noch mit dir besprechen nach dem großen Bogen, die, glaube ich, noch ganz wichtig sind. Das eine können wir direkt weitermachen, das ist das Thema Entzündung, Inflammation und Omega-3, von wegen Zucht, Lachs. Ja, also ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Thema noch haben. und zum Abschluss, denke ich, sollte man noch mal vielleicht kurz auf das Nicht-Essen kommen. Wenn wir nicht essen, haben wir keinen Stress. Essen ist Stress für den Körper und das Nicht-Essen, zu deutsch, das Fasten, ist eine alte, eingesessene, eine Angewohnheit, denn wir haben nicht jeden Tag Mammut gefangen. Also, deswegen, erst mal kurz Omega-3, was haben wir da zu beachten? Ja, also wenn wir jetzt noch mal auf das Lachs-Beispiel eingehen, oder ich würde vielleicht sogar auch auf den, also Lachs, Naturlachs, Wildlachs, der ist viel Algen und einfach Dinge, Plankton, was auch immer, die eben dazu führen, dass er eher, die Fette, die er da drin findet, sind eigentlich sehr, sehr reich an Omega-3. Ja, gesunden Omega-3. Genauso gilt das Gleiche für Rind oder Tiere von der Weide oder auch Wild. Einfach Dinge, die Kräuter gegessen haben, die nicht zugefütert wurden, die kein Getreide gefütert haben, die haben auch ein superschönes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis und 2 zu 1 bis zu 4 zu 1, was ja ideal ist. Omega-6 ist ja nicht schlecht, brauchen wir auf. Während, wenn ihr zum Beispiel ein US-Prime-Beef nehmt, US-Prime-Beef hat Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis, also Omega-6 zu 3 von bis zu 40 zu 1. Was machen die mit den Viechern? Die mästen die am Ende mit Weizen, mit Getreide, mit Kraftfutter, was absolute Entzündung auslöst. Diese Entzündung wollt ihr haben, weil das ist dieses marmorierte und dieses fettige Zeug da dran, das vielleicht gut schmeckt, aber ihr werdet darauf mit maximaler Entzündung reagieren und selber auch zu diesem Produkt werden. Ich persönlich, für mich ist Rind Medizin, wenn das Gutes ist. Ich weiß, alle meine Metzger hier, alle Läden, wo ich das herbekomme, ist immer von der Weide, weil ich merke sofort, gibst du mir ein Rind, das zugefüttert wurde, am nächsten Tag, meine Gelenke sind fest, es kann sein, dass ich nachts ein Karpaltunnelsyndrom entwickle, quasi taube Hände bekomme. Einfach durch diese Entzündung, die mein Körper und mein Immunsystem ist super aggressiv und stark, die das einfach dadurch auslösen kann. Insofern wahnsinnig wichtig, das Bitzegleiche gilt auch für den Lachs, unabhängig davon, dass diesen Viechern natürlich auch immer Hormone und Antibiotika und irgendwelche anderen Dinge noch dazu gefüttert werden. Das ist Duchtlachs. Duchtlachs. Und deswegen Omega-3-Fettsäuren, man kann das über Pflanzen auch aufnehmen, man kriegt das über ein bisschen was über Leinöl. Also es ist wichtig, vor allem EPA und DHA, deswegen Algenöl ist eine Variation. Ich persönlich bin ein großer Fan von Fischöl tatsächlich, wenn die Qualität stimmt. Und natürlich durch die Nahrung, durch die artgerechte Haltung viel davon aufzunehmen. Hanfsamen wäre noch was, Leinöl. Warum klappt das mit dem Leinöl nicht? Es ist einfach... Frau Buttwig, die ja bekannt ist, hat ja damals gesagt, Pellkartoffel, Quake und Leinöl ist eine absolut gesunde Nahrung. War es auch, nur heute haben wir ja ein anderes Problem von wegen Leinöl. Ja, also Leinöl, das war... Also du meinst die Qualität dahinter oder... Nein, die Umwandlung behandelt. Ja, der braucht neun verschiedene biochemische Schritte und ist einfach gar nicht effektiv. Und teilweise ist es auch wieder enzymabhängig und euer Körper kann es gar nicht. Also ALA, Alphalenolensäure, die ja da drin ist, braucht im Durchschnitt neun biochemische Schritte, um eben ein bisschen, eventuell, EPA und DHA zu generieren. Insofern ist es wahnsinnig wichtig, dass ihr EPA und DHA, also Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, auch wirklich über die Nahrung aufnehmt. Ich bin ein Riesenfan von der Fettvariation. Ja, das ist immer abhängig auch von eurem Stoffwechsel. Habt ihr eine Lebergallenproblematik, seid ihr so der Lebertyp. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu viel Ketogenen und nur diese ganzen MCT und C8 und gesättigten Fette zu sich nehmt, sondern eher sogar das feinere Öl teilweise braucht. Sowas wie natürlich unsere Fischöl, Omega-3-Fettsäuren, aber auch gute Omega-6-Fettsäuren wie GLA, CLA, die eben auch das braune Fett aktivieren, aber auch eben verschiedenste Mono, also mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Mufas nennt man die auch, wie Molivöl, da haben wir noch die Phenole drin, Olegic Acid, dann Dinge wie Avocado, auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, weil eben mehrfach ungesättigte Fettsäuren helfen zum Beispiel auch wieder dabei, andere Fette oder auch Kohlenhydrate zu partizipieren, also wirklich die Nährstoffaufnahme nochmal zu präzisieren. Während gesättigte Fette sind ja immer noch häufig der Feind, ist auch nicht korrekt, ihr braucht die gesättigten Fettsäuren, das ist die Rohstoffsyntese für euer Cholesterin, Cholesterin ist der Rohstoff für alle Sexualhormone im Körper, für Cortisol, für Stresshormone, für Testosteron, für Östrogen und wir brauchen das ja zum Regenerieren. Insofern, Fette sind nochmal ein extra Thema, wo wir wahrscheinlich zehn Stunden drüber reden könnten, super, super wichtig. Ja, und eine ganz wichtige Botschaft auch wieder für die Vegetarier, die sagen, ja, also, wenn ich mein Leinöl habe, beziehungsweise auch mein Sonnenblumenöl, es ist ja Pflanzenöl, von daher ist es gesund. Es ist nur dann gesund, wenn ich die hochgesättigten Fettsäuren, hochunsittigte Fettsäuren, wenn ich die entsprechend schütze. Das heißt, bin ich ein Puddingvegetarier und habe also überwiegend Kohlenhydrate ohne mein Gemüse, ja, mit den Mikronährstoffen, dann habe ich nicht die nötigen Puffersubstanzen für die ungesättigten Fettsäuren und dann werden die im Körper oxidiert. Und oxidiertes Fett ist giftiges Fett. Das heißt, ich vergifte mich mit einem, nicht einem Produkt, was gar nicht so schlecht wäre, aber meine Gesamtnahrung ist so schlecht, dass das passiert. Riesenproblem. Und genau mit den Blutfetten, und das nochmal anzusprechen, Blutfette haben wirklich nicht so viel mit euren Nahrungsfetten zu tun. Leute, die eben mehr zum Beispiel über die Fettstoffwechselsynthese arbeiten, also quasi metabolisch flexibel sind, Ketogen unterwegs sind, vielleicht auch Paleo und da variieren, haben häufig einen viel höheren LDL-Wert. Wenn der LDL-Wert hoch ist, heißt es eigentlich erstmal nur, dass der Körper Fett transportiert als Energiedifferenz, was wir brauchen. LDL heißt noch nicht, dass es oxidiert ist, und wir müssen immer gucken, wie hoch ist der Triglycerid-Wert im Verhältnis, weil Triglycerid-Wert ist unser Entzündungsparker. Ja, der sollte einfach niedrig sein. LDL kann sogar super hoch sein, wenn ihr, und da kann ich nochmal ganz kurz auf die eine Folie eingehen, wenn ihr, ich zeige es euch nachher, wenn ihr nicht Insulinresistenz seid, weil Insulinresistenz und die damit entzündlichen Probleme im Endothel führen im Endeffekt dazu, dass das LDL nachher kleben bleibt. Also stellt euch vor, LDL wäre ein Tennisball, und der Tennisball hat Haare dran. Ihr kennt doch dieses Spiel, wo man den Tennisball mit dieser Klebewand fängt. Wenn die Wand, die Innenhaut von euren Venen und so weiter, wenn die glatt ist, bleibt da auch kein LDL hängen. Sobald die Fasern dran hat und klebt, wegen der Insulinresistenz, Entzündungsneigung von eurem Körper, weil ihr die ganze Zeit pro-inflammatorisch unterwegs seid, dann bleibt es kleben und dann begünstigt ihr Arteriosklerose. Das hat also nicht wirklich was mit Fetten zu tun, sondern eher mit eurem Superstoffwechsel und mit eben den damit ausgelösten Entzündungen. Ich habe hier jetzt, was war deine zweite Frage noch, die wir nehmen, den Omega-3-Fettsern? Das zweite Omega-3 noch mal kurz sagen. Gott sei Dank haben wir ja es nicht mehr nötig, die Weltmeere noch ganz leer zu fischen. Da haben wir jetzt inzwischen das Algenöl. Und das Algenöl mit dem DH und EPA, Klammer auf, das sind Botenstoffe. Das hat mit Fett nichts mehr zu tun, was wir für Stoffwechseln, sondern das sind Botenstoffe, die der Körper braucht, essentiell braucht. Und deswegen brauchen wir eben, wenn ich keinen Fisch esse, müssen wir das Algenöl nehmen. Und das können wir Gott sei Dank heute künstlich herstellen und von ein paar Lecithin oder das abgesehen, ist DHA und EPA doch vertreten, sodass wir wirklich sagen können, bitte liebe Vegetarier, bitte liebe Veganer, holt euch eure zwei Gramm pro Tag. Ganz entscheidend, ein Gramm reicht nicht aus, ihr braucht zwei Gramm, ansonsten funktioniert euer Körper nicht richtig. ergänzend, wenn ihr zu viel Entzündung schon habt in eurem Körper, deutlich mehr als zwei Gramm. Ja, so, das letzte Thema war nicht essen, fasten. Geniales Thema, das ist ja auch in aller Munde gerade, intermittierendes Fasten, auch wie bei allen anderen Ernährungsformen, aus meiner Sicht, muss man wissen, wann kann man es anwenden, was ist Voraussetzung dafür. Aus meiner Sicht sollte die Voraussetzung sein, dass euer Körper metabolisch flexibel ist, sprich ihr seid schon in der Lage, Fette als Energielieferant herzuziehen und seid nicht nur von der Glucose abhängig. 80% da draußen sind es nicht. Insofern würde ich initial erstmal anfangen, den Körper auf Fettstoffwechsel zu programmieren, aber dann, und da sind eben die Studien von David Sinclair, die Longevity Studien, relativ klar, dass wir eben diese Feast-Famine-Cycles hatten. Also wir hatten mal, wenn es ging, wieder, weil Jörg vorhin gesagt hat, einen Mammut zerlegt oder einen Bären und haben alles gefuttert, was irgendwie ging, die Fette aufgenommen, das Protein, aber dann hatten wir halt mal nichts und mussten eben eine andere Variation anwenden. Da ist ja heute die ganze Diskussion bezüglich MTOR-Pathway, AMPK, quasi den Enzymen, die zum einen eben mit dem Fasten zu tun haben, die aktiviert werden oder eben immer viel isst. Also wir müssen ja im Endeffekt die Waagschale halten zwischen, dass wir anabol sind, sprich wir bauen Gewebe auf, was natürlich nach sportlicher Leistung oder Operationen super wichtig ist und im generellen Alltag, wenn wir einfach topfit sind und eben es nur noch um Langlebigkeit geht, zu variieren zwischen immer nur Aufbau und immer nur Katabon. Ja, wir wollen quasi diesen Mix haben. Insofern, dieses, was du angesprochen hast, das Intermittierende Fasten von 16,8, bedeutet im Endeffekt, dass ihr das Frühstück sausen lasst, drei Stunden vor dem ins Bett gehen, nichts mehr esst und habt dann 16 Stunden nichts gegessen, habt quasi so eine super Balance zwischen Autophagie, der Körper wird quasi AMPK hochregulieren und ihr werdet eure eigenen angefallenen Stoffwechsel, Endprodukte wieder Recycling in der Zelle, ja, da gibt es das Lysozon, im Endeffekt packt der Körper das da rein und es ist, kann man sich vorstellen, wahrscheinlich wie eine Salzgrube oder viel HCL und es wird dann in die einzelnen Bestandteile zerlegt, also kaputte Proteine oder Fette werden wieder aufgespalten, und der Körper verdaut sich sozusagen selber, was eben eine Strategie ist für Langlebigkeit, ja, das Gegenteil von MTOR, MTOR ist im Endeffekt dafür da, Gewebe aufzubauen und weder noch, das ist auch schon wieder so eine Diskussion, die die ganze Zeit kursiert, nichts ist gut oder schlecht, ist es scheiße, wenn ihr nur katabol seid und nur fastet, da werdet ihr karektisch und Sarkopenie und verliert eure Muskulatur, ihr müsst den Trick finden, die Balance, zuerst metabolisch flexibel sein, mit Fetten umgehen können, dann, was habt ihr an Energielevel, ich bin Athlet, ich mache ja sehr, sehr viel Sport, brauche wahnsinnig viel Energie, sprich, ich bin Fan von 12 Stunden nichts essen, das ist für mich Fasten genug und wenn ich keinen Sport mache an dem Tag, dann mache ich auch 16,8, während Leute, die eher sitzen und nicht so viel Sport machen, den kann man supergut 16,8 empfehlen, also Studienlage ist eigentlich klar, dass es mehr als 2, 3 Mal die Woche nicht unbedingt einen Benefit bringt, aber was auf jeden Fall klar ist, wenn ihr euer, man kann es auch, ich finde es fast besser, das Time-Restricted Eating zu nennen, wenn man quasi das Essensfenster ein bisschen reduziert, ist für jeden hier drin gut und auf jeden Fall, ich habe es messen können mit meinem Aura-Ring, ich muss spätestens 3 Stunden vor mir ins Bett gehen essen, um einfach super schön in den Tiefschlaf reinzukommen, weil mein Körper sonst einfach die ganze Zeit die ganze Nacht zu stark verdauen muss, ich denke mal, das kannst du wahrscheinlich unterschreiben, zu dieser ganzen Autophagie, A, B, K, M, Tor. Essen, Essen, Stress und die Experten sind also da sehr von angetan, weil es eben auch natürlich ist, wir haben das immer gehabt fürs Fasten und man kann das zusammenfassen auf einen, wieder mal einen griffigen Spruch, das Fasten ist für den Körper wie beim Computer der Reset-Knopf fürs Programm. Ja, wenn der Körper nicht mehr richtig hinkommt, man drückt dann auf den Reset-Knopf Fasten, sagt er, klasse, ruh im Laden, ich kann mich um mich selber kümmern, und ich kann regenerieren und so weiter und so fort. Und dieses automatische Programm, was wir haben, dieses eingebaute Regenerationsprogramm, kann man eben sehr einfach starten, indem man dem Körper sagt, komm her, 16 Stunden lang kriegst du nichts zu futtern oder auch mal den ganzen Tag. Aber das ist schwieriger. Während das Frühstück wegzulassen, ist überhaupt kein Thema. Man gewinnt morgens eine halbe, dreiviertel Stunde, wo man da nicht rumsitzt und fertig ist und kann also eher sich ein Schreibtisch setzen oder eher losfahren oder später ausstehen oder was auch immer. Das heißt also, ist überhaupt kein Problem. Ich selber bin Kohlenhydrat-Junkie gewesen, ich bin also mit Kohlenhydraten groß geworden, rot, rot, früchte Wöffel, und ich habe vor allen Mahlzeiten habe ich Hunger gehabt, richtig Bärenhunger und bin auch Hypoglykäm geworden, das heißt unterzuckert. Ich bin also grantig geworden, normalerweise kennt man mich als freundlichen Menschen, aber dann bin ich grantig geworden. Die Kinder kannten das schon, haben dann gesagt, Mama, gib dem Papa was zu essen, der ist so komisch. Also immer, und dann kam Low Carb und da ich alles ausprobiert habe, so wie du auch, habe ich dann gesagt, okay, dann haue ich mir morgens mal drei Eier in die Pfanne. Drei Eier reingehauen und dann angefangen zu arbeiten am Computer, mittags um ein Uhr habe ich gesagt, Spitz, es ist ein Uhr, du solltest jetzt was essen. Kein Hunger, nichts, nada. Das heißt, der Körper, wenn er nicht diese Blutzuckerspitzen hat, da kommt auch das Hungergefühl nicht mehr so auf. Es ist einfach weg. Wenn ihr eine Flatline Blutzucker habt und das geht, wenn der Körper mit Fetten umgehen kann, dann ist es wirklich so, ihr braucht eigentlich nicht Essen, weil er verdaut sich an sich selber. Es ist nur stressig, wenn ihr noch maximale, ich nenne das mal Calvivore seid, also nur noch hangry unterwegs seid, weil er ständig Blutzucker, Unterzucker hat. Das ist auch wieder etwas mit Hormonen zu tun. Ich mache das voll zu Ende, weil dann haben wir noch ein paar Fragen, sehe ich hier gerade im Bild. Okay. Da gibt es Hormone irgendwie und da gibt es Peptid, YY. Es gibt ein Sättigungsgradient, je nach Makronährstoff. Protein hat einfach das höchste Sättigungsgefühl. Insofern ist es wahnsinnig wichtig, dass ihr eigentlich mit Protein immer startet, weil daraus wird alles aufgebaut. Danach gefolgt von Fett. Fett sättigt auch noch natürlich. Was nicht fettigt, äh, was nicht sättigt, sind Kohlenhydrate. Die lösen überhaupt gar nicht dieses Hormon aus. Deswegen, wenn ich Kohlenhydrate esse an manchen Tagen, ich habe auch wieder ständig Hunger, was echt nervt, weil es ist tatsächlich entspannt, wenn ihr einfach den ganzen Tag irgendwas machen könnt und ihr müsst gar nicht erst essen, wobei ich natürlich auf der anderen Seite auch ein Genießer bin und sehr gerne esse. Aber Dominik, wenn du dann noch Übergewicht hast und laufend Hunger hast, du wirst immer dicker und immer dicker und immer dicker. Das ist das Problem. Wir sind nicht vom Fett, Fett, sondern von Kohlenhydraten. Ganz genau. Und natürlich, wenn ihr immer dicker seid, immer dicker seid, das liegt ja auch natürlich noch an Insulin und Leptin. Und Leptin ist eben ein Hormon, das eben auch über den Hypothalamus über Füße gesteuert wird und im Endeffekt es da welchen zeigt. Das heißt, ihr seid überfüttert, aber euer Gehirn durch den erhöhten Leptin und Insulinspiegel realisiert gar nicht mehr, dass der Tank längst voll ist und er produziert immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ihr habt quasi ständig Hunger und diese Hormone muss man unterbrechen und dann wird wieder ein Schuh raus. Deswegen empfehle ich als Life Changer oftmals eine initiale Paleo Ernährung oder sehr, sehr Low Carb, sprich, Protein, diese 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sagen wir mal, die Fette, die guten, könnt ihr in meinen Tabellen nachgucken, die guten Fette nach Bedarf, damit eben der Körper auch Energie hat, also nicht Hunger und Kohlenhydrate, macht ihr die Ballaststoffe, sprich Brokkoli oder so, ihr zählt nur die Netto-Kohlenhydrate, dann eben niedrig glykämisches Obst, mal eine Handvoll Beeren, Blaubeeren, Himbeeren, vielleicht eine Crepefood ist in Ordnung und vielleicht eine Süßkartoffel am Abend, um euer Serotonin nach oben zu bringen und so seit dem Bereich Low Carb, sagen wir mal, 50 Gramm Kohlenhydrate, also Netto-Kohlenhydrate, was immer noch wahnsinnig viel ist und ausreichend. Ich als Sportler brauche wahrscheinlich im Schnitt, ich komme mit 100 bis 150 Gramm Kohlenhydraten locker aus, was ich, was aus der normalen Literatur gilt es als Low Carb, aus meiner, ja, normal ist, glaube ich, 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag in der Standard-Westlichen Ernährung, eine Katastrophe für ihren Körper. Für mich ist 150 Gramm Carbs eher schon in Richtung Medium Carbs und nicht Low. Aber wenn du ordentlich unterwegs bist, nur dann, ne? Und wenn ich keinen Sport mache an Tagen, wo ich nur arbeite oder dann esse ich gar keine, brauche ich nicht. Ich faste dann oder erst mal nur ein, zwei Mahlzeiten. Sollen wir mal ein paar Fragen antworten, Jörg? Ja, gucken wir mal. Okay, warte mal, ich gucke mal, welche für dich da sind. Anden Jörg, sind 20.000 Einheiten Vitamin B3 und K2 auf Dauer vertretbar oder sollte man eine gewisse Menge im Blut nicht überschreiten? Also das ist eine der vielen Fragen, die die Menschen jetzt bewegt. Und wir haben mal mit 800 Einheiten angefangen, von der Deutschen Säure für Ernährung. Das ist wie bei den Proteinen, das ist eine Mangelernährung. Das ist ein Mangelzustand, der nicht ausreichend. Und die 20.000 pro Tag sind reichlich, Klammer auf, es sei denn, man ist irgendwo so bei 120 oder 150 Kilogramm unterwegs. Dann braucht man natürlich auch die doppel- oder dreifache Menge. Wir sagen heute, ein Zielbereich von 50 bis 60, vielleicht auch 70, wäre ganz gut. Wobei auch hier zu sagen ist, das wird schwierig, aber vielleicht in den Körper reinhören, wenn ich zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung habe und habe einen Spiegel von 50 oder 60, dann denke ich mal, ist zu überlegen, ob ich vielleicht ein Insulin, nicht Resistenz, aber nicht Insulin, Entschuldigung, eine Vitamin D-Schwäche habe und brauche mehr. Aber dann muss ich mir einen Arzt suchen, der das begleitet. Dann muss man das sehr sorgfältig machen und nicht einfach beliebig viel davon nehmen. Auf der anderen Seite, mit 20.000 pro Tag passiert in der Regel auch nichts. Wir haben also Versuche gemacht mit Modibsklerose-Patienten, die man als Versuchskaninchen benutzt hat, weil die brauchen sehr viel Vitamin D. und da hat man gesehen, bis zu 40.000 pro Tag ist nichts passiert. Nichts passiert heißt, der Kalziumspiegel bleibt normal. Und das ist ein Tipp, den ich allen geben kann, die sich nach oben wagen und höher gehen. Wenn ihr meint, dass irgendwo vielleicht doch was aus dem Motor läuft, lasst den Kalziumspiegel bestimmen. Das kostet 50 Cent, also so gut wie nichts. Und wenn der Kalziumspiegel normal ist, sind irgendwelche Befindlichkeitsstörungen nicht durch Vitamin D bedingt. Denn Vitamin D ist nicht das Problem. Das löst nichts aus, sondern die aktive Form des Vitamin D erhöht den Kalziumspiegel. Und das Kalzium ist für viele Dinge zuständig im Körper, für die ganze Elektro-Kunstanz und wenn das Kalzium zu hoch geht, dann haben wir ein Problem. Also bei Fragen, ob es zu hoch ist, ob es eine Intoxikation ist, dann bitte Kalziumspiegel bestimmen. Und bei den meisten Menschen ist da gar nichts. Also von daher, wer mit 20.000 fährt und gut hinkommt, ist eine Sache, die man durchaus machen kann. Weil hier relativ viele Leute direkt, also 100% Akkord, das Protein-Protokoll, das ihr damals entwickelt habt, basiert auch auf 20.000 Einheiten Vitamin D3 täglich. Wobei man dazu sagen muss, dass eben alle Co-Faktoren mit reingerechnet sind. Und hier stehen relativ viele Fragen zum Co-Faktoren. Ich würde einfach mal kurz die Folie zeigen, oder? Das ist am einfachsten. Ja, richtig. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da drüber klar ist, nichts im Körper funktioniert alleine, sondern es braucht immer vielfältige andere Hilfsstoffe oder andere Enzyme oder, oder, oder. Und von daher macht es Sinn, wenn man Vitamin D supplementiert, auch eben zusätzliche Dinge zuzuführen. Und da hast du eine wunderschöne Folie. Dann erzähl mal. Ja, im Endeffekt ist es ja ganz simpel. Normalerweise brauchen wir eben Vitamin D3 und bekommen es aus der Sonne. Du hast, du schreibst ja im Endeffekt in all deinen Vorträgen und bist ja als der Vitamin D3-Papst bekannt. Es ist ja klar, wenn wir im Sommer durch die Sonne, die eben hoch genug steht, eben unser Vitamin D3 aufladen, dass wir im Winter eben dann das verbraucht haben. Studien lag es relativ klar, dass die Speicherform von 25 Uhr Hd3 eben nur 15 Tage Halbwertszeit hat. Und die aktive Form ja sogar nur 15 Stunden. Und wichtig ist eben, wenn man so hohe Dosierungen von Vitamin D3 einnimmt, ihr seht ja, das wird durch die Sonne in der Haut gebildet, eigentlich wieder aus der Cholesterin, also aus euren Fetten und wird dann über Magnesium in der Leber gespeichert. Die 25 Uhr H-Form ist die, die wir messen. Die sollte über 70 Nanogramm sein und die wird dann nach Bedarf einfach in den Nieren aktiviert. Und Vitamin D3, wie der Jörg ja gesagt hat, ist dafür da, Calcium rückzurensorbieren und eben dafür sorgt dafür, dass Calcium nicht in euren Gefäßen rumschwimmt, sondern eben in Knochen und Zähne kommt und eben für die ganzen Gelaktivierungen und so weiter vorhanden sind und deswegen liefert, ich stelle mir das immer so vor, wie bei damals, kennt ihr noch, es war einmal das Leben, diese Comic-Show als Kinder, wenn eben die Immunzellen durch die Autobahn des Körpers fahren. Also stellt ihr euch vor, ihr habt aber jetzt Ziegel rumlegen, das Calcium in eurem Gefäß, ja auch Paletten und zwei Laster, das sind diese Enzyme, MGP und BGP, die ihr in der Mitte vom Bild seht. Und diese Enzyme, diese Laster, die müssen dieses Calcium noch in euren Knochen und in eure Zähne aus dem Gefäß bewegen. Dafür brauchen wir Vitamin K2 in der MK7-Form und was man heute auch weiß, spätestens seit 2018, auch Magnesium als Beifahrer, ganz simpel. Um denn die aktive Form im Zellkern zu aktivieren, braucht ihr Zink und Bohr, seht ihr hier noch mit drin, Bohr verlängert die Halbwertszeit von Vitamin D3. Was wir eben wissen, wenn noch viele Störfelder in der Mundhöhle da sind, zum Beispiel der chronischen Entzündung, dann habt ihr einen erhöhten Bedarf, weil meistens sind eure Rezeptoren blockiert durch die Toxine, durch die chronischen Entzündungen, durch die Insulinresistenz. Und ihr braucht mehr Vitamin D3, während wenn euer Körper auf Anti-Entzündung programmiert ist, ihr keine Fremdmaterialien und Fremdkörper mehr drin habt und keine chronischen Entzündungen, braucht ihr viel, viel weniger Vitamin D3 einnehmen. Und deswegen bereiten wir natürlich auch alle Patienten immer so vor. Das nennen wir Micronutrient Tuning und das Ziel ist eben 70 Nanogramm pro Milliliter und ihr seht es hier rechts, Magnesium, weil es sind genau die Fragen, die wollen wissen, wie viel Magnesium, ich würde sagen 400 Milligramm Elementar ist Pflicht, Zink würde ich sagen, jetzt momentan für das Immunsystem wahrscheinlich eher 30 bis 50 Milligramm, je nachdem, ob ihr noch eine HPU habt, dann braucht ihr teilweise auch ein bisschen mehr. Die ganzen Methylgruppen, also aktivierte B-Vitamine mit rein, Cholin, Carnitin und natürlich hier stehen auch Omega-3-Fettsäuren, Anti-Entzündlich und dann seid ihr schon, würde ich sagen, sehr, sehr gut aufgestellt, oder Jörg? Was mir fehlt, ist das Vitamin A. Da sind auch einige Leute im Keller und dazu ist zu sagen, wenn Vitamin D an der Zelle andockt, dann muss gleichzeitig A auch andocken, weil die dann untereinander in eine Verbindung eingehen und das D nur dann weiterverarbeitet, wenn auch A mit dabei ist. Also das ist nochmal eine zusätzliche Geschichte, aber da ist mir gerade noch eine Sache eingefallen, die wir unbedingt machen müssen und die Dich als Zahnarzt natürlich angeht, das sind die Störfaktoren im Mund. Hallo. Ja. Angefangen vom Amalgam bis, da müssen wir unbedingt nochmal kurz fünf Minuten drüber reden, denn das ist ganz wichtig. Das ist super wichtig. Also jetzt gerade in der aktuellen Situation, viele haben auch Panik, das ist ja normal gerade. Wenn ihr gut versorgt seid, was wir ja gerade alles besprochen haben, ist kein Thema, aber es kann eben sein. Das ist ja quasi bestätigt von Dietrich Binger, Thomas Rau und auch du sagst, dass 70 Prozent der Ursache für chronische Erkrankungen eben diese Störfelder in der Mundhöhle sind, die ihr ganzes Immunsystem durcheinander bringen. Das ist der einzige Teil, den ihr eigentlich selber nicht biohacken könnt. Ja, ihr könnt in die Natur gehen, ihr könnt eure Ernährung tun, ihr könnt eure Blutwerte unterstützen und anschauen und eben Mikronährstoffe auffüllen, grounden gehen, earthen gehen, an die Sonne gehen. Aber, wenn wir hier irgendwo die Dysbiosen auslösen durch Amalgam, Amalgam ist diese Silberfüllung, schwarze Füllung, wie auch immer, super hässlich sieht es aus, die wird noch subventioniert von Krankenkassen, da ist ein 50 Prozent Quecksilber drin. Und Quecksilber ist das kipptigste, nicht radioaktive Element dieses Körpers und hat da einfach nichts zu suchen. Ist maximal, also jegliches Schwermetall in eurem Körper, wenn das gemessen wird, diese kommen normalerweise in der Industrie vor, sind immer inflammatorisch, also entzündlich tätig, blockiert Rezeptoren, führen zu Insulinresistenz, etc. Also wieder diese Immunkaskade. Immunologie, also Immunsystem greift an, Makrophageaktivität, Zytokine, aber auch wieder Toxikologie. Und was ich vorhin gesagt, Toxikologie ist dosisabhängig, Immunologie ist nicht dosisabhängig. Jegliches Metall in der heutigen Welt ist Problem, weil, und das ist auch wieder zusammenpassend zu Coronavirus, ist einfach, Elektro, macht euch elektrosensibel. Wir haben ja überall WLAN, Handysendefunk, 3G, 4G, 5G und elektromagnetische Felder, das ist ganz klar, sagt der Lieblingsdinger schon ewig, die machen die ganzen Mitbewohner in eurem Körper mehr aggressiv. Die brauchen mehr Stoffe, die werden virulenter und wenn ihr da in eurem Mund Metalle oder auch eine Hüfte aus Metall oder Titanenmetall eingebaut habt, habt ihr da Mikroantennen, die eben diese elektromagnetischen Felder noch verstärken und es gibt sehr, sehr viele Patienten heute, die elektrosensibel geworden sind und da muss man wirklich genau danach gucken. Ein weiterer Punkt, ein weiteres wichtiges Störfeld oder was eine andere Problematik ist, sind immer Wurzelbehandlungen aus biologischer Sicht. Die Wurzelbehandlung ist eine tolle Therapie als Schmerztherapie, um eben kurzfristig diese Megaschmerzen wegzubekommen, weil ihr ein riesen Loch habt in eurem Zahn. Auf Dauer aus biologischer Sicht gesehen, muss man das ein bisschen kritischer betrachten, weil wir lassen im Endeffekt ein abgestorbenes Organ da drin stecken und ein abgestorbenes Organ ist eben mikroskopisch oder mit Elektronenmikroskop hat das ganz kleine Dentinkernälchen und pro Wurzel ungefähr einen Kilometer in Strecke. Und in dieser Strecke drin hausen eben dann kompartementalisiert eben die fieseren Keime, gerade die anaeroben Keime, die primär jetzt kein Problem sind, aber wenn die halt da überbevölkern und kolonialisieren, machen die natürlich da eine kleine Infektion. Wenn euer Immunsystem noch funktioniert, habt ihr dann eine Zyste unten dran und wieder unsere Zytokine, TNF-Alpha, IL-1-Veta, IL-6, NF-Kappa-B, die eben euer Immunsystem auf Krawall bürsten. Zusätzlich dazu haben wir natürlich die Bakterien, die in diesem Wurzelkanal aus dem Hausen auch Abbauprodukte, die essen eure Aminosäuren und sind meistens Schwefelhaltige und sind in der Lage, Thioeter und Mercaptane zu bilden, also Toxine, die sehr hochgiftig sind, wieder eine Entzündung auslösen und auf die man auch noch allergisch sein kann. Also viele Probleme auf einmal und die Zähne stecken ja quasi auf den Trigeminusnerven und der Trigeminusnerv ist einer von zwölf Hirnnerven, mit der 50% des Platzes einnimmt und eben der ist in der Lage, Filze, Viren, Bakterien, Toxine, Schwermetalle retrograd ins Hirn, in den Hirnstamm zu verschieben und damit auch wieder natürlich gesamtorganisatorisch Probleme zu machen und noch ein weiteres Störfeld sind die sogenannten Nikos, was komplett falsch ist, weil das ein pathologischer Begriff ist, der steht für Neuralgie, induzierende, kapitätsbildende Osteonykose, besser wäre Fettigdegenerierte Osteonykose, wir können auch OPG oder 3D erstmal nur eine Osteolyse feststellen, sind im Endeffekt chronisch entzündliche Kieferbereiche Fettigdegeneriert um den Nerv drumherum, die entstehen durch unvorbereitete Chirurgiemaßnahmen, der Körper ist nicht in der Lage zu regenerieren, aufgrund von all diesen Nährstoffdefiziten, die wir eben schon besprochen haben, dem mangelhaften Immunsystem und das sind auch eben schlummernde, chronische Silent Inflammations, die wieder euer ganzes System stressen können und eben da könnt ihr euch nicht rauswenden, weil das habt ihr vielleicht jeden Tag, also ihr habt alles ausprobiert, ihr habt euren Lifestyle im Griff, epigenetisch alles sortiert, WLAN nachts ausgemacht, Handy auf Flugmodus, Ernährung on point, Kohlenhydrate getimt, ja, Fette, Proteine, Vitamin D3 auf 70 Nanogramm, Magnesium und ihr seid immer noch nicht Superman, dann solltet ihr mal zu einem biologischen Zahnarzt gehen und gucken, ob da vielleicht noch irgendwo ein sogenanntes Stürmfeld ist. Stürmfeld klingt ein bisschen blöd, das ist einfach nur ein Begriff für eine Strukturveränderung oder besser, aus der Neuraltherapie wäre der Begriff Neuromodulativer Trigger, Dinge, die euer Nervensysteme konstant in chronischen Stress versetzende Entzündung auslösen und eben ein Thema sind. Und gerade diese Nikos sind noch nicht mal medizinisch akzeptiert, obwohl der Dr. Lechner schon seit 40 Jahren tolle Peer-Review-Studien macht, also mindestens 10 Stück, auch mit Volker von Beer zusammen. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass man es zumindest auf dem Schirm hat, weil die üblichen Verdächtigen bei uns in der Praxis sind chronische Müdigkeit, Autoimmunprobleme, neurologische Probleme und wir müssen immer den gesamten Mund dementsprechend sanieren, um euch aus dieser pro-inflammatorischen Entzündungslage und Toxin-Overload rauszubekommen oder auch gegebenenfalls gegen eure Elektrosensibilität zu arbeiten. Und natürlich machen wir das nur mit der gezielten Vorbereitung, über Ernährung, Lifestyle und all diese Dinge führen dazu, dass euer Immunsystem eben besser wird, weil ihr aus diesem Sympathikotonus rauskommt und nach genau, das ist in der aktuellen Situation wahnsinnig wichtig, weil ja eben optimale Gesundheit unser Fokus ist, oder? Ja, und genau das ist das, was wir haben wollen. Ich sage immer in gewissem Eigenlob Spitzengesundheit, die wir brauchen. Und das Tolle ist, wenn man solch einen Zahnarzt hat wie dich, der eben biologisch arbeitet, der nicht nur einem die Fresse poliert auf Hochdeutsch und das eben schöne Zähne macht, sondern diese Zusammenhänge sieht und sieht, dass die Zähne von innen ernährt werden, dass die Zähne dann schön sind, wenn sie von innen eben über die Anarchung und das ganze Kapitel zusammen hat und erkannt hat, dass er mit Beseitigung von solchen Störfaktoren, kann man auch sagen, auf den gesamten Körper einen riesen Einfluss hat. Dann ist man eigentlich gut aufgehoben. Ich kann nur jedem wünschen, dass er auf so jemanden stößt wie dich. Ich glaube, ihr habt euch ungeschlechtlich vermehrt, ihr macht Ausbildung, es gibt also über Deutschland verteilt etliche, die sowas können. Ja, also wir wählen aus, Ulrich Volz und ich zusammen haben damals das Curriculum ins Leben gerufen und über die Swiss BioHealth Education kann man das auch buchen. Bisher gibt es tatsächlich erst 30 Spezialisten für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate und davon sind ich glaube, ich würde mal sagen 28 aus Deutschland. Also wir haben uns schon ein bisschen verteilt, wir arbeiten extrem dran. Du warst ja auch letzte Woche beim Ulrich und der hat ja auch die, also da könnt ihr nachher direkt reintunen in seine Swiss BioHealth Tagesschau, weil unser Ziel ist hier, all diese Experten und ich nenne das Wölfe oder Avengers, die sich für optimale Gesundheit interessieren, sind alle dafür da, euch so viel Information wie nur irgendwie möglich zu liefern und eben zu filtern und euch Tipps und Tricks anzubieten und wir arbeiten alle Hand in Hand und zusammen, um unsere Stärken zu verbinden und eben was zu bewegen und zu verändern. Insofern, hier gibt es kein Protection Mindset, wir sind alle Open Minded im Wachstum. Jeder, der was dazu beizutragen hat, die Welt zu verändern, ist dabei. Insofern, wichtig ist halt, das ist schwierig in der aktuellen Situation, wo viel Panik da ist, also es gibt wieder Schwarz und Weiß, der eine findet das toll, der andere findet das toll. Wie wollt ihr da differenzieren, wenn ihr das Wissen nicht habt? Insofern, die Kanäle, die wichtig sind, die Akademie für Menschliche Medizin, Swiss Biohals Tagesschau, mein Kanal ist im Endeffekt der Dr. Domme halt und Dr. Domme Gnisch für YouTube und Instagram. Also wir versuchen ja, euch so viel Mehrwert wie nur irgendwie zu bieten, oder Jörg? Ja, und damit kommen wir nicht nur zum Abschluss, sondern du hast den Link schon mal kurz gesagt, heute Abend gibt es um 19 Uhr eine Tagesschau von Swiss Biohals und zwar zum Thema Vitamin D, weil auch für den Zahnarzt ist klar, Vitamin D ist extrem wichtig. Wir sitzen alle mit unserem Hintern im Keller Vitamin D mäßig und wir hätten sicherlich eine wesentlich bessere Situation in der Bevölkerung, was die regelmäßige Grippesaison angeht im Winter, wenn wir mehr Vitamin D hätten. Das ist aber immer gesagt, das ist nur eine Behauptung, ihr behauptet das alles. Wir haben jetzt beschlossen, diesem Ding nachzugehen, dieses zu zeigen und wir werden heute Abend die Einladung bekommen, uns in einer großen Studie zu beteiligen, wo wir zeigen, ich habe so und so viel Vitamin D, entweder natürlich oder eingenommen oder oder und mir geht es in den nächsten Jahren, das ist eine prospektive Studie, geht es mir so und so gut, ich bin so und so auf krank gewesen, ich habe Grippe gehabt, ich habe weiß was gehabt. Das wollen wir sammeln auf einer Plattform, auf einer Wissensplattform, dass wir auswerten können und zeigen können, hast du einen hochnormalen Vitamin D-Spiegel, geht es dir wesentlich besser und wenn wir dann von da aus noch ein Stückchen weiter gehen, weil keine Krankheit kommt alleine und denken an das gute Olivenöl, denken an die Omega-3-Fettsäuren, denken daran, dass wir uns den Hintern bewegen und dass wir uns mental verschrauben, dass wir einen guten Sozialkontakt haben und dann eventuell noch den Mund sanieren, dann haben wir eine optimale Gesundheitsbasis und dann funktioniert das auch, aber es kommt nicht von selber, wir müssen ein bisschen was dafür tun. Ganz genau, ihr müsst im Endeffekt die Verantwortung für den eigenen Lifestyle übernehmen und wir geben euch Tipps und Tricks. Wenn du willst, hier sind gerade noch mal drei, vier Fragen reinkommen, die können wir wahrscheinlich in zwei Minuten abhandeln. Ja, die können wir machen auch. So, Chris hat es gerade reingeschickt, zur Ernährung. Ich würde noch mal ganz kurz die eine Folie hier aufmachen, damit ihr die Zusammenfassung im Hintergrund seht und wir sprechen einfach die Fragen kurz durch. Moment, Bildschirm teilen. Wenn das schön frei ist, dann schauen wir uns die und an. Also das ist im Endeffekt noch mal die Liste. Ah ja, sehr schön. Für unser Immunsystem boosten, das sind die Dinge, die ihr beim Instagram findet. Ganz, ganz wichtig, entspannt sein, weil jeglicher Stress blockiert euer Immunsystem. Hände waschen, wie der Jörg hat gesagt, der Vitamin D3 optimieren, wie wir das schon ewig machen und wir nachher das eben angucken können. Nur so ein natürliches Mögliche Essen mit Vitamin D3 supplementieren und eben einkaufen und die Fragen, also hier im Endeffekt könnt ihr das ja nachgucken. Es gibt diese Immunliste, was eben gut ist für euer Immunsystem und wo ihr auf jeden Fall euch fernhalten solltet. Habt ihr ja vorher gesehen auf der roten Tabelle? Alles ist for free verfügbar und die Frage war noch mal, ganz kurz, was ist schlecht an Milchprodukten und so weiter? Es ist ganz simpel. Kuhmilchprodukte, die Kuhmilch ist im Endeffekt rein natürlich die Muttermilch fürs Kalt. Die enthält, also wenn wir wirklich an Kuhmilch rankommen würden, so wie die mal ursprünglich war, sprich, die Kuh steht auf der Weide und ihr könnt am Euter zapfen und dann kommt da Milch raus. Dann ist es für viele Leute ein bisschen was anderes und immunologischer, verträglicher als die Milch, die wir heute haben. Die Milch, die wir heute haben, die ist weiß, die hat da schon keine gelben Fettboppel drauf rum, die ist für eine Million Jahre haltbar gemacht, die ist pasteurisiert, homogenisiert, die Kühe sind meistens Milchkühe, die im Stall stehen. Es ist ein Kunstprodukt, es ist ein Kunstprodukt und wir sind, oder viele Menschen kommen mit diesem Kunstprodukt nicht klar. Und deswegen finde ich Palio so schön, die sagen, schmeiß die Körner raus, schmeiß also erstmal die Milchprodukte raus. Es kann sein, dass sie nicht schuld sind, aber die Verdächtigen erstmal rauszuschmeißen sind, ich probiere mal ohne und bei vielen, vielen, die ich gesprochen habe, gesagt, nach ein paar Wochen bin ich plötzlich ganz anders gewesen. Genau, das war ja mein Hauptthema. Ich habe immer Joghurt gefuttert, Milch getrunken, Quarz gegessen, ich hatte immer Verschleimung, also wenn ihr irgendwo so machen müsst oder habt irgendwo hier ständig Mandelentzündung oder ihr habt juckende Ohren oder es trief in die Nase oder es ist irgendwo Schleimproduktion da. Es ist relativ wahrscheinlich, dass euer Immunsystem gerade reagiert und es hat nichts damit zu tun, dass ihr jetzt ein Antibiotikum braucht, so wie ich das dann bekommen habe, sondern dass ihr einfach eine kleine Entzündung auslöst und in dieser Kummich sind eben verschiedene Proteine drin. Jeder weiß, Laktose ist ein Thema, das ist nur ein Zucker, den ihr nicht vertragt, deswegen kriegt ihr vielleicht ein bisschen Durchfall, kein Thema. Aber Casein und da gibt es verschiedene Varianten, Alpha, also quasi A1 und A2 Casein und ich persönlich vertrage gar keine, auch nicht Ziege und nicht Schaf. Da muss man ein bisschen rumspielen, Kummich, das Einzige, was wir noch empfehlen, ist natürlich Butter von grasgefütterten Rindern oder G, weil das quasi keine Proteine mehr enthält und auch kein Zucker und eben gesundes Fett, da ist Butter, so ein Butyric Acid drin, was eben wieder eure Darmbakterien füttert und Choline ist auch noch drin, für euren Nervscheiden. Also, das ist es, es gibt Leute in der Paleo-Kultur, die mit, das würde man dann Heumilch nennen oder Heumilchbutter, also quasi wirklich noch aus dem Euter raus, wenn ihr das dann noch fermentiert, einen Joghurt draus macht, Käfig draus macht, dann kann das sein, dass das für euch funktioniert. Ich würde es eine Weile weglassen und dann reintegrieren und testen. Man kann ja wie gesagt nicht schwarz-weiß machen, aber alles, was ihr im Supermarkt findet an Kuhmilchprodukten, ist im Normalfall pauschalisiert für die Tonne. Und noch eine letzte Frage, sehe ich an dir, da ist noch eine, sind in Bohnen Eiweiß drin? Ja, in Bohnen sind Eiweiß drin, Bohnen dementsprechend sind aber ganz, ganz häufig voller dieser Antinährstoffe und wahnsinniges Allergen, vor allem Kidneybohnen oder weiße Bohnen. Wenn ihr die irgendwie verwendet, hatten wir vorher schon darüber gesprochen, müsst ihr die vorbereiten. Ich persönlich bin kein Fan davon. Warum Achtung bei Nüssen und Eiern? Eiern ist einer vor allem, das Eiweiß ist einfach überall reingekocht und immunologisch für viele Leute ein Problem. Die Galle in der Leber verträgt das dann nicht. Auch Viren, leider. Das weiß man vor allem. Viren essen sehr gern. Eiweiß brauchen die auch. Die brauchen auch Eiweiß. Vor allem halt Ei, die besondere Struktur vom Ei. Und Arginin ist auch etwas, was natürlich auch teilweise wieder Viren füttert. Hier steht noch, hilft Lysin gegen COVID-19. Lysin ist antiviral. Insofern dementsprechend. Die Top 10 einfach nochmal zusammengefasst ist. Ihr müsst auch euren Protein mitarbeiten. Warum? Weil es die Basis für euer Immunsystem ist. Für alle eure Enzyme. Nicht nur für Knochenstoffwechsel und Knochenregulation, sondern für euer Immunsystem. Jemand, der kein Fieber mehr hatte seit 10 Jahren, das ist nicht gesund. Ich kriege 40 Fieber, wenn ich mal ein Virus habe. Warum? Weil erhöhte Temperatur killt Viren. Ganz normal. Dann Vitamin D3 optimieren. Wir wollen bei 70 Nanogramm oder 60 mindestens landen. Lebenslänglich. Damit habt ihr eigentlich viele Fliegen mit einer Klappe. Vitamin C ist auch eine aktuelle Empfehlung aus den USA und auch aus China. Vitamin C 2 Gramm pro Tag. Wenn ihr nichts habt, ist es wahrscheinlich ideal, oder? Idealerweise nicht eine Asmode. Der nimmt man oral nicht auf, deswegen macht es keinen Sinn. Wenn es akut ist, muss man infundieren. Wenn man akut was hat, infundiert, da hatte ich auch letztendlich einen Post drin im Instagram zu Vitamin C Infusion. Könnt ihr auch nochmal nachschauen. Dann sind es eher so die 15 Gramm. Da hat China quasi den ganzen Weltmarkt aufgekauft. Also es hilft auf jeden Fall. Aber das könnt ihr natürlich nicht ohne Doktor machen. Ohne Doktor könnt ihr selber Vitamin C ein. Die ESA-C-Variante empfehle ich typischerweise, weil durch die ESA-Verbindung eben diese Baultoleranz umgangen wird. Ich habe tatsächlich schon, kennst du ESA-C? ESA-C ist quasi auch eine gepufferte Vitamin C-Form. Das ist ein Patent aus den USA. Durch die ESA-Verbindung wird es aber unabhängig von der Baultoleranz aufgenommen. Und je nach Stress, also ich nehme 2 Gramm im Durchschnitt am Tag, aber ich habe schon bei Sonnenbrand einen akuten Übertraining bis zu 20 Tabletten auf einmal eingenommen. Aber kein Durchfall, gar nicht. Du merkst nichts davon. Das wird schauschmäßig dosiert ein bisschen wie Liposomales, wobei anders. Und dann, was man noch machen kann für so orale Mikrobiome, und ihr wisst ja, die Viren halten sich in eurer Nahtenschleimhaut auf mal für 6 Tage oder in Sinus oder in Mundschleimhaut. Was immunologisch gut wirkt im Mund ist einfach Propolis. Das weiß man schon. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass die Schleimhaut immunologisch gestärkt wird durch Propolis. Propolis enthält auch wieder alle Proteine und tolle antivirale Substanzen. Die Bienen stellen es her. Für uns und für sich selber natürlich auch. Alles, was irgendwie funktioniert im Sinne von Ölziehen ist momentan toll. Kokosöl oder Monoloric Acid da drin ist antiviral, antibakteriell. Und wenn ihr Ölziehen jeden Tag integriert und auch den Zungenschaber verwendet, dann habt ihr euer Mikrobiom auch noch mal ein bisschen besser. Ölziehen machst du wahrscheinlich auch oder kennst es auch. Kokosöl mindestens 5 Minuten im Mund lassen. Ihr könnt es mit zum Beispiel Propolis Spiken oder mit ätherischen Ölen wie zum Beispiel Oreganoöl oder irgendwas, was halt immunologisch funktioniert. Ihr könnt euch da wahnsinnig viel mit Naturheilkunde beschäftigen und findet tolle antivirale Sachen. Ob das jetzt so lange, bis es halt noch, bis dann wieder Medikamente hergestellt werden, kann man natürlich unseren Körper natürlich so gut wie möglich tunen, oder? Wir haben einen eingebauten inneren Arzt und der ist der Einzige, der heilt. Nicht der Herr Professor heilt, sondern ich kann dem inneren Arzt helfen, aber nicht wirklich heilen. Wenn ich als Chirurg zum Beispiel noch so sorgfältig den Knoten schlinge, wenn der Stoffwechsel nicht in Ordnung ist, bekommt er einen Platzbauch und stirbt. Dann nutzt mein Knoten gar nichts. So, Dominik, damit reicht es. Die Leute sind so platt, glaube ich. Ja, es reicht für heute. Ich denke, wir werden das mal gelegentlich wiederholen oder noch nachschieben, sodass wir uns dann auch vielleicht für einige Themen ein bisschen mehr Zeit nehmen können, ein bisschen detaillierter erzählen können. Vor allen Dingen, du bist ja, im Gegensatz zu mir, stehst ja mit beiden Beinen noch in der Routine drin. Das heißt, du kannst mal aus dem Nähkästchen plaudern, mit was für Problemen Menschen angekommen sind, was du mit denen gemacht hast und was da daraus geworden ist. Was man in der Werbung offiziell als Arzt nicht darf, vorher, nachher, aber wir können solche Fallstudien, können wir uns gerne mal anschauen, damit das mal plastisch gezeigt wird, was man wirklich so einem armen Schwein, der nicht mehr weiß, wie er vorankommt, Gutes tun kann, ohne riesengroße schulmedizinische Drogen, sondern mit naturorientierten Maßnahmen den Körper wieder auf die Reihe bringen. Genau wie du es gesagt hast, wir unterstützen nur den Körper und den inneren Arzt. Teilweise müssen wir Sachen komplett entfernen oder zugeben, damit ihr eben regenerieren und aufbauen könnt. Das macht der Körper alles selber. Wir persönlich helfen nur und unterstützen. Quasi unsere Seele wohnt in diesem Haus und deswegen müssen wir das gut pflegen. Wir haben nur eins davon. Ich werde auch auf jeden Fall unser Gespräch so ein bisschen als eine Infografik fürs Instagram und für YouTube zusammenfassen und ich glaube, der Chris speichert sowieso alles. Das heißt, auch wer jetzt nicht live dabei war, kann sich das im Nachgang unter dem Video wird es gleich dann mit Sicherheit auch nochmal die Links geben zu deinem Homepage, zu unserer Homepage und auch für heute Abend die Tagesschau, wo es die Vitamin D Studie gibt. 30, 40 Minuten Pause, könnt ihr was abends essen und dann geht es direkt weiter mit der Tagesschau. Doch, nichts. Herzlichen bedankt. War ein tolles Gespräch. Macht immer Spaß mit dir. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.